so was was wer hat mich da fast entdeckt hallo wer hat mich da fast entdeckt da habe ich irgendeiner gesehen da unten oder was hier war ich schon sound ruckler wieder ich weiß nicht woran dieses sound woran das liegt dass der sound hier manchmal so ruckelt so jetzt erst mal gucken das ist die katze okay ich weiß nicht ob das schlimm ist wenn die mich sehen aber ich glaube nicht so war wer hat mich denn hier eben so gesehen also hier in die richtung da ist doch noch was oben vielleicht hier drinnen noch hier drin genau definitiv hier drin ich gucke erst mal rein oh gott die unschuldige alles klar nicht am späten abend so ein schocker erleben hier so ich muss an die andere richtung lauf einfach mal durch für die karte cool ja die karte ist richtig geil von spiel da ist da ist einer oh mein gott so alles klar sehr schön so dann lauf hin nein nein scheiße man alter die wissen auch irgendwie immer wo ich hin rennen ja geh weg jetzt wurde ich schon wieder entdeckt bei diesem penner da du spaß die alter tue so richtiger huren sohn da ist noch einer irgendwo der der da hinten wo ist er habe ich hier schon wieder entdeckt kopf fast also hier liegen drei leichen rum aber hier ist kein gegner das verstehe ich gerade nicht wer hat aber wer hat da was entdeckt so geht er bitte hoch und so und jetzt mache ich muss mal hier oben gebe ich mir mal einen überblick so wo ist der dieser penner alter ich werde wenn ich runter gehe sieht er mich ja lass mal gucken hätten er sieht mich jetzt gleich irgendwo das wäre so typisch wieder für dieses spiel da da wer hat mich fast entdeckt okay was sind das überhaupt für gegner hier die sehen irgendwie sehr merkwürdig aus mein gott wo sollen der sein ach da mein gott nein du siehst mich nicht wer denn noch wo ist der hallo ist der gegner da da ist er doch so und er hat sich rum gedreht und zack geiler kill da hat der platz wieder nicht gereicht das kennen wir ja noch wer hat denn da eben schon wieder irgendein penner ist hier noch irgendeiner ist hier noch da hatte ich mal daran fest genau moment mal ich habe eine idee wenn ich jetzt so hingehe ich dachte der kletteracken geht automatisch aber das ist nicht so da ist wieder irgendeiner in alarmbereitschaft ich kriegte krise ich krieg hier echt die krise wer ist denn hier noch alter wer ist denn hier noch sag mal die musik geht wieder ab wer ist denn hier ich stecke es nicht ich stecke es nicht kann das sein dass das spiel ein bisschen verpackt ist wollte ich gerade sagen scheiße wo ist denn der nach da hinten ja gut dann kill ich den so ist egal kommen dann kill ich den jetzt so es tut mir leid aber der nervt der ein drecks bogenschütze schon wieder da ist noch einer da ist noch einer hinter mir ja oh scheiße man da ist noch einer das ist doch ein abfahrt hier ehrlich aber lauf hier raus und lauf hier rein und versteck dich hier denke ich noch einer wie viele die unschuldige ok nevermind die brauche ich nicht dieser scheiß schwert kämpfer wie kann er mich direkt entdecken so du kommst hier eh nicht hoch verarsch mich dich als ob du hier hoch kommst du bist so dumm dafür ja die tentschu die tentschu die tentschu-gegner können sowas nicht frage mich jetzt nur ernsthaft wo der ist wo ist der da oh ok da unten da unten ist der oh man wie soll ich das jetzt machen ich hab ne idee das ist jetzt das ist jetzt spannend irgendeiner hat mich wieder entdeckt fast keine ahnung wo der ist aber das ist mir jetzt auch egal ich muss mal wo denn ach die unschuldige okay ich verstehe ich hab mal sicherheitsabstand hier genommen nein geh weg als ob du dich jetzt rumdrehst was machst du da überhaupt als ob der sich rumdreht man das gibt es ja wohl nicht oh mein gott alter geh weg als ob der sich da jetzt wieder rumgedreht hat wie unfair ist das nehmen heiltrank so das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein dass er sich jetzt ernsthaft wieder umgedreht hat genau als ob ich als ob ich dann hier wenn als ich da und als ob der sich schon wieder rumdreht ey als ob er es wüsste als ob er es wüsste das gibt es ja wohl nicht das gibt es nicht alter ey du kannst mich mal am arsch lecken du ey was für ein Hurensohn bist du eigentlich wie oft willst du mich noch entdecken du Penner alter du bist wirklich so ein Spasti ja wo ist der überhaupt jetzt hä wo ist der hin wo ist er ist der weg jetzt hä der ist weg verarschen ernsthaft so wo ist der ey den kill ich jetzt so ist mir scheißegal ich wusste ich habe diese Spielmechanik hier noch nie noch gar nicht irgendwie richtig verstanden da ist er jetzt auf einmal okay ah also manchmal verschwinden auch die Gegner okay ich verstehe da gibt es jetzt natürlich eine verkrüppelte Route weil er weil er halt nicht mehr an seinem angestammten Platz ist und jo ach ist das blöd wie lange muss ich mich jetzt noch mit dem hier ärgern hä das gibt es ja wohl nicht wie lange ärgere ich mich jetzt schon mit dem bestimmt schon drei Minuten oder so ey und der dreht sich jetzt wieder rum bestimmt nee jetzt habe ich ihn okay und die Hand abgehackt so gehört es sich auch alter ey mein Gott das gibt es ja nicht nicht in der letzten Folge des Jahres noch hier so eine scheiße erleben ey ja ah dahinter dahinter ist glaube ich was ja da gehen wir da lang was ist das oh Gott oh Gott geh bitte das ist ein Vieh okay ich hab's gehört ich hab's gehört das ist ein Vieh ich oh man lauf bitte hier hinter genau oh Gott warum müssen die mich hier wieder so erschrecken äh da das ist ein Hund ah natürlich 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 geh sterben du scheiß scheißköter wo ist der so und zack oi 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 nee das bringt nichts gegen die zu kämpfen das bringt nichts oh alter boah drecksköter alter das gibt's nicht der rennt mir ey der ist schneller als ich zack boah drecksköter eigentlich mag ich ja Hunde ne aber dieser Hund dieser Hund der hat's drauf angelegt so geh da jetzt bitte hoch oh wie oft wurde ich jetzt ah oh schaut mal Granate die hole ich mir natürlich ist klar direkt mal eine Granate hier bekommen das sehen wir uns sehr schön aber zum Glück hat das hier nicht hat das hier keine Geräusche gemacht mit dem Wasser oh so hallo jetzt bitte hoch hier geh hoch hier mach dann nicht okay hä das ist doch blöd ach man ich will da hoch verdammt oh es tut mir leid ich bin ein bisschen verschnupft im Moment so dann hier hoch und hier drin ist hier drin ist einer ja dann muss ich jetzt hier gucken ah das ist wahrscheinlich der Ausgang hier ne genau aber hier ist nix ah doch hier Moment da unschuldig unschuldig okay nicht töten okay alles klar äh ja dann war ich ja jetzt überall ne dann war ich ja jetzt überall da muss ich jetzt nur noch diesen Typen finden ja das könnte jetzt wieder ein bisschen dauern bis ich den finde ha jetzt bin ich wieder hier genau jetzt geht er raus so hä aber schönes Design also schön so im altjapanischen Look gefällt mir gefällt mir sehr gut doch doch ja ah das ist wieder ah Kätzchen hier okay ja ist egal oh die Frage ist jetzt wo muss ich hin ah wahrscheinlich in die Richtung da ist nämlich so ein Ausgang da seht ihr das da und ich glaube ich habe hier alle gekillt deshalb ja wir spielen im Winter quasi deswegen rutscht er auch manchmal so ah ja ich verstehe ich verstehe deswegen rutscht er so hin und her ist halt im Schnee passt doch jetzt hier zur Jahreszeit wobei ja hier in Köln kann man das nicht wirklich Winter nennen das ist ja irgendwie so hier war ich aber doch eben hier habe ich die Granate geholt okay ah da ist noch ein Gegner oh mein Gott alter okay da ist noch ein Gegner ernsthaft jetzt was was hast du schon wieder gesehen was hat der Wichser schon wieder gesehen hier was hat der was hat der gesehen bin ich jetzt nicht am Anfang hä wo bin ich noch hergekommen oder nicht ah hier bin ich reingekommen oder muss ich hier einfach alle killen ah unschuldig ok ne oder muss ich oben links raus ne ja Frage ist jetzt wo ist dieser Typ ne genau halte ich da fest ok da runter mal so den Bodyguard habe ich jetzt gekillt und ne hier ist es nicht ach Gott das kann jetzt wieder dauern bis ich das finde wer mich kennt der weiß dass das alles ein bisschen länger dauert bei mir ne ah vielleicht hier was ist das hier ah da ist er doch ist er das ich mach mal ein safe state ja ich hab ihn gefunden ich hab ihn gefunden ich hab ihn gefunden ich hab ihn nie erwartet Lord Goddard zu catch me kill yourself und show me you still have some honor ich will assist you ja thank you tell Lord Goddard of how I died okay I will inform Lord Goddard of your honorable end aha yes Großmeister oh man ja geil 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 oh ist das geil 400 von 400 ah das ist doch geil alter Großmeister geschafft in dem Level krass und wir haben ein Item bekommen ja man geschafft man aber wie der sich umgebracht hat das war schon krass er hat sich sein Schwert reingerammt und Rigi Mao hat ihm den Kopf abgeschlagen das war ja seine Aufgabe lange habe ich das Houndruckler er hat sich in einem magischen Sturm diese Sturm hat die Macht um zu kontrollieren Minden und Alterböden es wurde von einem wunderschönen Kult kallt sich der Manji die Manji benutzen ihn um von Tempel zu Tempel langsam ein Armee von zombie like Followern bald werden sie starten die Stürze dann Stürze dann Stürze dann du musst die Stürze und die Kult bevor es zu lebt die oh das war's schon schau mal was das hier ist Ninja Panzer boah geil oh geil das ist cool das ist geil ja nee also wir haben wieder Großmesser geschafft oh wie geil ist das denn gewesen ja wie gesagt der korrupte Finanzminister hat sich selber getötet und Rigi Mao hat ihm den Kopf abgeschlagen wie es ihm gesagt wurde und zum Glück mussten wir nicht gegen ihn kämpfen und ja genau es geht jetzt darum eine Bande ich hab den Namen schon wieder vergessen die haben einen Stein und dieser Stein verwandelt wohl Leute in Zombies irgendwie und die Zombies greifen dann die Dörfer und so an und wir sollen den Stein wieder zurückholen für Fürst Goda und ja genau damit sich diese Katastrophe nicht weiter ausbreitet aber das würde ich sagen machen wir im nächsten Jahr das nächste Jahr ist ja schon übermorgen und ja genau das Jahr 2019 bricht dann an genau dann würde ich sagen bedanke ich mich an all diejenigen äh eine Sekunde ja äh ich hab kurz aufs Handy geguckt es tut mir leid ja dann bedanke ich mich bei allen die zugeschaut haben und denen es gefallen hat lasst doch ein Like oder ein Abo da und ja genau dann würde ich sagen wünsche ich euch hiermit einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019 einziehen weil wir werden uns vorher nicht mehr hören und ja genau dann würde ich sagen äh mache ich jetzt hier Schluss und ich schneide die Folge alles klar bis denn ne tschüss tschüss so